so und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe heute möchte ich gerne mal zeigen wie du unter k os einfachen benutzer anlegen und entfernen kannst das kann man für diverse sachen brauchen weil du leute in der wg oder in der studenten vereinigung oder whatever hast wo du zum beispiel einfach auch dem ein benutzer anlegen möchtest damit er nicht auf deinen daten zugreifen kann man kann natürlich auch wenn es mal schnell gehen muss auch ein gast zugangssession aktivieren das geht auch aber ihr möchtet gerne einen benutzer anlegen und ich zeige dir heute unter k os wie das funktioniert wenn jetzt leute in die kommentare schreiben das ist so einfach und warum machst du überhaupt so was einfaches und da muss ich sagen ja es gibt leute die wissen eben nicht wie das geht und die sind froh und dankbar darüber dass es youtuber auch wie mich gibt die über sowas berichten die das zeigen vor allem auch auch wenn es für einige wahrscheinlich das einfachste der welt ist aber es ist ja eigentlich immer so mit den sachen ne je einfacher oder wenn man es mal gemacht hat dann weiß man wie es geht oder wenn man es mehrmals gemacht hat und dementsprechend ja das einfach zu info wir gehen also hier auf den k start button und gehen in die systemeinstellungen rein dann gehen wir hier links scrollen etwas nach unten und dann haben wir hier den punkt benutzer und da haben wir hier schon meinen benutzer linux windows mac hilfe und dann habe ich wieder drüber den punkt neu hinzufügen klicken wir drauf dann wählen wir als name ich sage jetzt einfach nur mal super und als benutzer name den tux tux so dann haben wir art des kontos soll das standard oder system verwaltend sein ich in meinem versag standard wenn ich was installieren möchte dann möchte ich gerne dass er meinen kennwort benutzt beziehungsweise er gar nicht die möglichkeit dazu hat weil er müsste ja da mein kennwort wissen hingegen wenn ich system verwalter sagen kann er einfach so auch sachen installieren muss nicht sein dann geben ich hier ein passwort einmal gucken ob er das nimmt wir klicken also auf erstellen jetzt möchte er natürlich noch zur änderung von benutzer daten dass ich mich authentifiziere ich habe nämlich schon gefragt wann kommt denn das und ich habe jetzt hier meinen benutzer wenn ich hier noch auf das benutzer bildchen klicke dann kann ich hier noch verschiedene bildchen auswählen ich würde sagen wir nehmen den hier die doch ganz gut aus oder na ich würde sagen wir nehmen doch lieber etwas anderes den hier diesen ball ist doch super aus klicken auf anwenden und das ganze ist hinterlegt jetzt klicke ich hier wieder auf das k symbol und dann habe ich hier seht ihr die möglichkeit auf benutzer wechseln zu klicken und dann habe ich hier nämlich super hoppala da wollte er gerade mich veräppeln so dann logge ich mich mal ein und bin gespannt ob es klappt sieht auf jeden fall schon mal gut aus würde ich sagen genau hat also wunderbar funktioniert und ich bin hier unter meinem account drin das sehen wir auch tatsächlich wenn ich auf die system einstellungen geben und dann auf benutzer ihr konto ist tux das ist wunderbar jetzt will ich es aber wieder löschen weil naja ich mich vielleicht mit der person ist und ganz vertragen habe oder 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 das geht auch dazu klicke ich hier drauf klickt hier wieder drauf unbedingt abmelden ja jetzt abmelden liegt einfach daran dass wenn ich den benutzer jetzt gleich lösche dass wenn ich nicht abgemeldet bin dass da durchaus eventuelle fehler auftreten könnten so dann logge ich mich tatsächlich hier wieder mit meinem benutzer linux mechilfe ein ihr seht das funktioniert nicht so und dann bin ich wieder hier in den systemeinstellungen na also ich klicke hier drauf systemeinstellungen scrollt etwas nach unten dann auf benutzer habe ich hier den klick auf benutzer löschen ich möchte daten ebenfalls löschen da muss ich mich natürlich wieder legitimieren klick auf ok und der benutzer ist erfolgreich gelöscht worden so das war es soweit von der ganzen sache ich hoffe wie immer hiermit geholfen zu haben da bleibe mit freundlichen grüßen sage tschüss bis zum nächsten mal und ciao